Hits Music Only Energy Interaktiv macht heute mal den Girls Day ein bisschen andersrum. Normalerweise gehen ja Mädels klassische Männerberufe mal ausprobieren. Heute werde ich mal in einen, ja ich sag mal eher von Ladies dominierten Beruf reinschmecken. Und zwar hier in diesem Schminkladen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss zu sehen, was da rauskommt, wenn ich da mal Hand anlege. Am besten gucken wir einfach mal rein. Ich wäre dann jetzt da, wir können anfangen. Wo legen wir los? Beim Trinken würde ich sagen. Wir trinken uns erstmal einen, ne? Auch so kann die Arbeit entspannt losgehen. Dann trinken wir uns erstmal einen. Jetzt fahren wir mal rein mit unserem Schminktisch. Ja bitte, das interessiert mich brennend. Ja, wir haben ganz tolle Farben hier. Also ich sehe schon, das wird jetzt hier gleich wie Fasching enden. Es gibt so viel rauszufinden und zu erkunden, zu entdecken. Und jetzt müssen wir eigentlich erstmal nur noch einen Opfer finden, das sich spüren lässt. Du interessierst dich hier für eine Handcreme. Wir haben hier alle möglichen Sachen. Hier was für jeden Tag. Was für Nägel. Dann nehmen wir vielleicht, würde ich sagen, einfach mal das mit dem Nägelverstärker. Da muss man jetzt hier so kreisende Bewegungen machen. Das soll ja auch ein Erlebnis sein für die gute Dame. Unser Opfer ist ganz klar ein 12er Typ. Deshalb gibt es jetzt hier die Nummer 12. Also immer von unten anfangen und dann nach oben abstreifen. Ich probiere es mal. So, jetzt brauchen wir natürlich noch den richtigen Törer und auch ein bisschen Leppenstift. Jetzt wird es glaube ich richtig wild. Stillhalten. Jetzt kommt ein Puder. Jetzt kommt ein Puder.